Ich glaube, wir haben so fast im letzten Jahr alle noch mal so richtig vorne mit angegriffen und dann will natürlich auch noch Sochi und jetzt kriegen wir es hier, wenn er sich die Stimme holen auf die medien Wünsche, auf die Zwischee! Unterscheidung, das zeigt mir ja 30.000 Euro, 107.000 Euro